Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Build a Minecraft Edge Manager Map mit dem Friedensbringer. Das sieht zwar aus wie meine ganz normale Map, aber das ist es nicht. Wir sehen ein paar Besonderheiten und zwar dort. Ja, 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 das ist nämlich hier jetzt ein Server. Ich habe einen Server gemietet, das geht ziemlich schnell eigentlich. Und habe da die Map hochgeladen und habe das auch freigestaltet und zwar für Skagandhi. Mit dem hatte ich da auch schon mal drüber gesprochen und der hat auch, ich habe ihm hier so einen kleinen Bereich eingezäunt, den ich ihm zum Bauen freigegeben habe und da hat er auch fröhlich angefangen. Ich hätte jetzt gerne mit ihm zusammen aufgenommen, aber der Mann meldet sich seit Tagen nicht. Und naja, da dachte ich, ich nehme jetzt einfach mal ohne ihn auf und vielleicht sporte ihm das andere am nächsten Mal einfach mit mir darüber zu reden, wann er denn Zeit hat und wenn wir uns hier treffen können und so. Schade eigentlich. Naja, gut. Die Gebäude hier sind noch von mir. Also noch heißt, die habe ich jetzt hier auf dem Server draufgestellt. Ich werde hier auf dem Server nicht an den restlichen Sachen bauen. Ihr seht da hinten auch, da sind wir eigentlich schon viel weiter. Und da bin ich inzwischen auch in der, wie sagt man, realen Welt ist Quatsch, also auf meiner lokalen Welt bin ich hier also auch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Das heißt, das mache ich also im lokalen Bereich und ich werde das Stück hier hinterher, auf dem wir dann gebaut haben, ausschneiden und einfügen. Warum mache ich das so? Naja, der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich die lokale Welt, die speichere ich halt immer wieder, also mache ich immer kleine Saves davon und so. Und dann muss ich das auf dem Server machen, dann muss ich mich immer wieder mit dem FTP connecten und so. Weiß ich nicht. Das wird hier halt nur an der Stelle weitergebaut und der Teil wird dann hinterher auch ausgeschnitten und benutzt. Wohingegen der Rest halt bei mir lokal liegt. Ähnlich habe ich das halt auch vor, wenn ihr Bock habt, mit mir hier hinten rumzubauen, das hatte ich ja schon mal angedeutet und ich hoffe, da sind dann auch einige dabei. Dann würden wir auch diesen Teil hier, also würde ich den Teil hier praktisch freigeben. Ich würde in dem Fall aber auch den Rest da hinten ausschneiden, damit ihr nicht auf die Idee kommt, hier auf dem Server euch die Details anzugucken, die ich bis jetzt vor euch geheim gehalten habe. Naja, wird das hier also freigeben, den Teil hier ausschneiden, hier hinplanschen in den Server, wird den Server freigeben für die entsprechenden Spieler, die dann mitmachen wollen und dann können wir hier basteln und hinterher wird das Ganze dann ausgeschnitten und in der lokalen Welt eingefügt. Was hat Sky Gun Lee hier gebaut? Also, erstmal hat er das hier gemacht. Also die Schilder sind von mir, weil ich so ein paar Kommentare dazu dargelassen habe. Das ist also eine Art Ruine. Und da geht es auch runter und ich könnte mir vorstellen, ich hatte ja schon mal über eine Kanalisation gesprochen, also hier könnte durchaus auch so ein Eingang in so eine Kanalisation sein, vielleicht auch ein zerfallener Eingang. Also es ist auf jeden Fall, macht das hier auch einen schönen, überwachsenen und brüchigen und zerstörten Eindruck. Was es mal früher gewesen sein könnte, ich weiß es nicht, aber es bietet auf jeden Fall einige Möglichkeiten für Queste, für Ideen, wie man damit weiterverfahren kann. Dann hat er hier ein Gebäude gebaut mit so einer, wie nennt man das, Brücke. Das finde ich sehr geil, ich liebe diese Art von Gebäude in der Realität. Da stehe ich total drauf, wenn man halt so praktisch über die Straße drüber laufen kann. Das finde ich super, finde ich geil. Also hat richtig Style, finde ich. Gut, ist das halt noch nicht eingerichtet und ist hier hinten auch noch ein bisschen sehr dunkel. Auf der Seite soll es offensichtlich mal so etwas wie ein Shop werden, finde ich auch gut. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Also es kann was und ist auch mal optisch einfach ein bisschen anders gedacht durch diesen Übergang. Dann hat er hier zwei Gebäude direkt aneinander geflanscht. Birch, Spruce, Spruce, Wurch, Birch, Spruce. Und also, ne, helle und dunkle Seite, finde ich einen schönen Kontrast. Die sind auch miteinander verbunden. Alles noch nicht dekoriert, aber hat schon mal was. Zack, zack, finde ich nice. Da drüben gibt es ein kleineres Haus. Ist ein bisschen sehr niedrig und dunkel vor allen Dingen. Etwas spärlich mit den Fenstern, habe ich eben hier auch dran geschrieben. Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal auch wieder ein bisschen anders, finde ich gut. Ja, und dann hier, das ist so ein bisschen Highlight-mäßig, weil hier hat er eine Bank gemacht. Fort Blocks Bank, ja, das ist erstmal ein Arbeitsstil, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Also die Idee einer Bank und überhaupt, so ein Kreditinstitut, das hat was. Finde ich sehr schön. Da habe ich jetzt, Moment. Zack, zack. Hier hinten gibt es einen kleinen Tresorraum. Finde ich also auch eine geile Sache. Kann man von da auch sehen, ist nochmal extra gesichert, aber hat trotzdem. Viel Charme, ne? Und das ist super, das kann man hervorragend in Quäste einbinden, die Bank ausrauben. All solche Ideen, ne? Mir gefällt nicht so richtig das hier oben drauf. Ich finde, das sieht ein bisschen sehr modern aus und passt so nicht in den Style der anderen Gebäude. Also da kann man auf jeden Fall noch was dran ändern, aber der Kern, die Idee, finde ich super geil. Und ja, also da kann ich viel mit anfangen. Hat er noch einige andere Plots, die, also ich meine, die hatte ich ja vorgezeichnet, er muss die nicht und das tut er auch nicht zwingend so benutzen, wie ich die gezeichnet habe, ne? Aber da kommt noch ein paar Gebäude von ihm dazu, hoffe ich, wenn er denn dazu kommt irgendwann. Ja, da kommt noch ein bisschen noch was, finde ich auf jeden Fall schon sehr geil. Er hat schon mal einige Gebäude hinzugefügt. Ich habe gestern mal gezählt. Ich habe jetzt insgesamt, ohne die, die er dazu gebaut hat, 120 Wohngebäude plus halt einen Shop und einen Tempel und die Cafés und ein Rathaus und eine Kneipe und einen Gasthof. Also diesen ganzen Extra-Kram habe ich ja auch noch, aber ich habe, ich denke mal mit, allein schon auf der Seite 100 Gebäuden, also 100 Wohnhäuser. Da kommen noch mal deutlich mehr dazu. Also das ganze Ding hat hinterher wahrscheinlich so um 250, 300 Gebäude. Finde ich schon geil. Wird also eine richtige Stadt, da wird richtig was los sein hinterher, finde ich super. Und mir gefällt halt auch, dass hier mit mir schon ein bisschen gebaut wird. Wenn ihr voll drauf abfahrt, auf die Idee hier mit mir mal zu bauen, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Also ich würde jetzt so langsam anfangen, Leute zu sammeln, die die Lust haben, hier hinten den Bereich zu befüllen. Wenn ihr also in der Richtung eine Idee habt und sagt, ja, boah, da hätte ich auch Lust drauf und da könnte ich mir vorstellen mitzumachen, dann schreibt das in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Das geht auch, ihr müsst nicht zwingend als Kommentar hinterlassen. Und vielleicht schreibt ihr ein bisschen was dazu, warum oder was ihr euch vorstellen könnt. Das würde mich interessieren. Also was euch antreibt, mitmachen zu wollen. Ja, das wäre so ein bisschen die Hoffnung, die ich hätte, dass ihr was dazu sagen könnt. Ansonsten soll es das für dieses kleine kurze Video schon gewesen sein. Ihr seht so ein bisschen, wir arbeiten jetzt also auch hier dualmäßig an der ganzen Geschichte weiter. Und ich bin zuversichtlich, dass das hinterher eine sehr, sehr geile Map wird. Also wenn ich mir jetzt schon angucke, wie die Straßenschluchten hier zwischen aussehen und wenn ich mir vorstelle, wie das dann wird, wenn das komplett fertig ist. Schön, schön. Ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr was dazu sagen könnt, ob ihr mitmachen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, keep on happy building!